Wenn du eine etwas längere Kurzzeit mit satten Farben und einem schönen Muster suchst, dann wird dir die Adidas Gym Printed Tide sehr gefallen. Natürlich fällt bei ihr sofort das besondere Design ins Auge, aber auch in ihrer Funktionalität kann sie dich schnell überzeugen. Das Material ist sehr fein und liegt sanft auf der Haut. Da es sehr elastisch ist, macht es auch jede Bewegung mit und du kannst dein Training voll und ganz genießen. Damit du ein angenehmes und trockenes Gefühl dabei behältst, sorgen die sogenannten Klima-Light-Fasern für einen schnellen Feuchtigkeitstransport. Dann ist natürlich auch sehr wichtig, dass die Hose richtig sitzt. Dafür sorgt der breite Bund und die eng anliegende Passform. In dem Bund findest du übrigens auch eine kleine Innentasche, wo du deine wichtigsten Laufutensilien sicher verstauen kannst. Mir persönlich gefällt die Länge der Hose, dass sie modisch ist und dass sie sich beim Sport gut anfühlt. Du bekommst die Adidas Gym Printed Tide natürlich über deine Runners Point Filiale oder ganz schnell und einfach hier im Online-Shop unter www.runnerspoint.com.